Guten Tag, ich sitze hier mit Michael Kachler und wir waren jetzt schon den ganzen Tag unterwegs. Jetzt frage ich ihn mal, wie sein Tag gelaufen ist. Michi, wie war dein Tag? Super, ganz viel Spaß machen, im Bus rücken. Was hast du heute so getrieben? Schlafen, essen, rücken, rausgucken, Leute unterhalten, singen und machen und auf Athen freuen wir uns. So, was ist das Beste am Tag heute gewesen? Den ganzen Tag Bus fahren, das ist schön, Autobus fahren, Autobus fahren. Hast du noch was anderes für Bus fahren gemacht heute? Klo? Und sie wollen mal viele vor. Gab es irgendwas, das dir gar nicht gefallen hat? Und Schiff war auch gut. Und irgendwas, das dir nicht gefallen hat? Alles passt. Und noch so, wie geht es dir, wie fühlst du dich? Gut? Gute Laune. Ja, das war natürlich wohl zurück ins Studio. Danke. 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 Danke.